Hi, herzlich willkommen zurück bei Wizard101. Hier ist der Kaios und heute haben wir etwas Besonderes, denn meine Clubmitgliedschaft ist gerade aus Versehen ausgelaufen. Ich hatte es immer über mein Paypal-Konto laufen und bekomme da, weil ich jetzt bei einem anderen Netzwerk bin, nicht mehr regelmäßig ein paar Euro drauf, so dass sich das irgendwie ausgleicht. Im Moment habe ich da kein Geld drauf und bin ins Minus gekommen und dadurch ist direkt mein Wizard101-Club gelöscht worden, was ziemlich kacke ist. Ich habe das jetzt noch versucht, gerade vor der Aufnahme auf die Schnelle hinzubekommen, aber geht nicht jetzt so schnell. Es dauert auch immer ein bisschen, bis das dann abgecheckt wird alles. Und jetzt bin ich erstmal Clublos und mal gucken, was ich jetzt überhaupt machen kann. Ich bin gespannt. Bin mal gespannt, ob ich überhaupt zu den zu den Gebieten kann, wo ich schon war. Oder ob ich da jetzt nicht mehr hin kann. Naja, aber als erstes, liebe Leute, machen wir mal etwas, weswegen ich echt Schimpfe von euch bekommen habe. Nämlich meine Ausrüstungsgegenstände aus dem Wasserwerk. Ich war irgendwie, keine Ahnung, ob ich hektisch war oder so, dass ich manche Sachen nicht gesehen habe. Das Brandstifters. So, was hatte ich denn hier? Ah genau, da hatte ich einfach nicht gesehen, dass die plus 9% Abwehr auf alles drauf ist. Hier habe ich plus 12% Abwehr auf Frost und auf Sturm. Ist natürlich Pille Palle, die 3% weniger, dafür 9% auf alles. Ist natürlich super. Plus 20 Dingsrate. Gut, ihr habt mir alle gesagt, Kaios, du ziehst den an. Okay, ich werde ihn anziehen. Jetzt sehe ich es auch, ne? Aber irgendwie habe ich gedacht, aber gut, dass ihr mich nochmal darauf hingewiesen habt. Die einen freundlich, die anderen nicht so freundlich. Aber so, wie sieht denn der überhaupt aus? Bescheuert ist das aus. Komm, wir rüsten es jetzt mal aus. Ich werde mir das wahrscheinlich später noch umnähen. So, und noch eine Robe habe ich bekommen. Dab, 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 dab. Aber nämlich meine Robe habe ich nicht bekommen. Ja, hier, gestärkter Mantel, plus 1%. Die gewandte Demut brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich überhaupt nicht. Ne, da war kein Gewand bei. Da habt ihr euch verguckt. Wirklich. Das Rächer, das Helden. Das ist alles Polarstiefel. Quatsch, brauche ich alles gar nicht. Ne, also gut, den Helm, ne. Ist klar, aber das andere. Weiß nicht, was ihr da gesehen habt. Dann Medaillon, Amulett. Frostriese. Alle Karten. Tja. Ein Ring vielleicht. Ich hätte ja auch mal gerade vorher in die Folge gucken können, ne. Aber wie ihr auch seht, hier ist nichts wirklich tolles bei, ne. Majestätischer Siegelring. Mhm. Der ist auch gar nicht so schlecht, der majestätische Siegelring, ne. Plus 21%, super Pip. Dafür geht aber die plus 8% Blockrate weg. Hm. Ich weiß nicht. Ich denke, die Blockrate ist ja auch nicht so zu verachten, ne. So, ansonsten war da wirklich nichts, ne. Wie sauer auch einige geworden sind, ne. Na gut, jetzt habe ich das auf jeden Fall ausgerüstet. Sieht, gefällt mir nicht. Weil das so eine Standardrüstung auch ist, ne. So ein bisschen. Aber gut, wir lassen es jetzt erstmal so. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was ich überhaupt noch machen kann hier. Moment, da war noch irgendwas in Celestia. Aber da kann ich jetzt wahrscheinlich gar nicht hingehen, ne. Das ist was Bescheuertes. Wie ärgerlich das auch ist. Ich musste mich hier gerade so mal schnell auf die Schnelle noch was aufnehmen, weil ich keine Folgen mehr habe. Und, ja. Tja. Ich weiß gar nicht, was ich damit sagen wollte, aber auf jeden Fall habe ich jetzt gleich ein Problem. Ich werde es sehen. Du bist für dieses Gebiet nicht freigeschaltet. Obwohl ich da ja schon bin. Das finde ich so gemein dabei, ne. Teste. Wie bescheuert. Pass mal auf Malibone. War ich da schon Club? Wie bescheuert. Ich habe Malibone schon geschafft, ne. Und müsste dafür jetzt nochmal Kronen ausgeben. Das ist ja wohl voll scheiße, oder? Was soll ich denn jetzt machen in der Aufnahme? Ich muss zwei Folgen aufnehmen. Dann muss ich wohl nur eine Folge aufnehmen. Das ist ja mal voll ärgerlich, oder? Dann gehe ich mal zurück in den... In den Bazar. Ich brauchte noch ein bisschen schwarzen Lotus. Boah, das ärgert mich jetzt schon wieder, ne. Na ja. Was will man machen, ne? Manchmal ist es ein bisschen bescheuert alles. Da merkt man wieder, wie... Wie unfair das hier auch ist bei Wizard of the One. Wenn du im Club warst... Und nicht mehr im Club bist... Solltest du auf jeden Fall Zugang haben zu den Gebieten, wo du schon warst. Ja. Ich finde das unfair. Ich meine, auf der anderen Seite könnte man natürlich dann in den Club gehen. Mit irgendjemand anderem. Sämtliche Gebiete des Spiels mit besuchen. Ja. Und dann wieder aus dem Club rausgehen. Dann bezahlt man einmalig 7,99 Euro. Und hat das komplette Spiel freigeschaltet. Das wäre natürlich unfair. Das muss man auch sagen. So. Lass mal grad gucken. Ach, guck mal. Hier sind die Fische, ne. Futter, Ausrüstung, Laden. Zutaten. Ich wollte mal nach dem schwarzen Lotus gucken. Wo ist er denn? Ich habe 13. Wie viel brauchte ich denn nochmal? Ich glaube, ich brauchte 40, ne. Gucken wir mal grad, ob ich hier zufällig was finde. 50 Stück. Ja, geil. Was hatte ich jetzt? 13. Also brauche ich noch 27. Nein, nein, nein. Damit hätten wir das nämlich auch schon erledigt. Erledigt. Kaufen. Ja, jetzt kann ich natürlich auch nicht nach Muhong, um diese Quest einzulösen. Wie bescheuert das auch ist. Wir gucken mal grad auf die ganzen Quests. Zweimal Ring der Apotheose. Fehlt mir denn da noch Sachen? Ich hoffe nicht. Malibu und Regency. Wurzel City, Altesviertel. Heinrich den Achten. Ja, den kann ich ja noch versuchen zu fangen. Das könnte ich natürlich machen. Aber jetzt gehe ich erstmal nach Haus und werde die Ringe der Apotheose fertigen. Wenn mir nicht noch wieder Sachen fehlen. Ich hab's grad nicht im Kopf. Aber ich meine, mir fehlt noch was. Diamanten, ne? Ich glaub, es waren Diamanten. Naja, ich muss mir eh ein bisschen die Zeit vertreiben. Tut mir leid, Leute, dass ich jetzt nicht total effektiv weitermache. Aber nach... Ah! Jam, jam. 550 Folgen. Äh, äh. Ach, tatsächlich. Passieren einem schon mal mit ins Geschick. So. Ich habe 40, brauche 20. Ich habe 5. Ich brauche 15. Das heißt, ich brauche, ähm, 30. Ich habe 5. Ich brauche noch 25 Diamanten. Shit! Also, Rückzug. Noch 25 Diamanten. Ach, Mann. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ich hoffe, ihr habt euch alle mein Video angeguckt. Mein neues Video. Hab ein paar warme Worte dagelassen. Hab's versucht, so ein bisschen... Cool. Wie soll ich sagen? Äh, ich... Ruhig zu machen. Calm, wollte ich sagen. Ruhig und smooth. Ja, ja. Okay. Ich meine, da wir gerade eh nicht so viel zu tun haben, gehe ich nochmal ab in den Bazar. Na, oh, für diese Folge gibt's bestimmt wieder Daumen nach unten. Weil der Kaios nichts macht und er hat sich nicht vorbereitet. Er hat keinen Club mehr. Ja, das ist natürlich wirklich doof. Ach, so ein Ärger. Vor allem, ich hab das schon vor ein paar Tagen gesehen. Wir konnten von deinem Paypal-Konto nichts abbuchen. Wir müssen leider deine Club-Mitgliedschaft löschen. Äh, naja. Ich dachte, ich könnte das mal eben auf die Schnelle wieder richtig stellen. Und dann, äh, hab ich gesehen. Natürlich geht es jetzt mal nicht gerade auf die Schnelle. Ärgerlich. Naja. Aber vielleicht, äh, in der nächsten Folge müsste es eigentlich wieder laufen. Denn sonst kann ich nichts machen. So, D wie Diamant. Oh. Das ist wenig. B, C, D. Hierzwischen müsste D Diamant sein. Na gut. Dann halt nicht. Dann, äh, was machen wir denn dann? Ach ja, dann wollten wir hier, äh, Heinrich den Achten fangen. Oder den Eisenkopf im Zyklopenweg. Fischbrötchen. Hab ich das nicht schon? Knochenfisch? Hab ich doch schon den Knochenfisch. Lass mal gucken. Eisiger Köderfisch. Ach, ich dachte, ich hätte den Knochenfisch. Auch schon. Ja, Moment. Lass mal gucken. Altes Viertel, Zyklopenweg, Stadtmitte. In der Stadtmitte gibt es auch noch was. Ach, der Katzenwels. Einhornweg. Eisenkopf. Dann, gehen wir nochmal, äh, hier zum Zyklopenweg. Und fangen uns ein Fischbrötchen. Hier hatte ich ja damals alle, alle, ähm, fast alle, ähm, Straßen mit echten Kronen gekauft. Wisst ihr noch? Als ich am Anfang jedes Gebiet mit Kronen gekauft habe, da wirst du ja arm bei, wenn du das für das ganze Spiel machst. Wurde ich letztens nochmal gefragt, hier, Kaios, was sagst du? Wie viel Geld muss man ausgeben bei Wizard 101, um das spielen zu können und so weiter? Habe ich gesagt, 7,99 Euro im Monat. Mehr musst du nicht ausgeben. Ich nicht. Ja, und wenn du so Pakete nimmst, ne, ein Drei-Monats-Paket kostet 19,99 Euro. Das ist natürlich viel weniger. Es sind 5 Euro gespart, ne. 8, 16, 24, knapp 5 Euro gespart. Ähm, dann auf den Monat umgerechnet und so weiter, ist das noch weniger. Und wenn du dann eine Jahresmitgliedschaft nimmst, musst du natürlich auf einmal einen großen Watzen zahlen. Zahlt es aber umgerechnet auf den Monat noch deutlich weniger. Aber ich mache 7,99 Euro im Monat. Das tut mir nicht weh, das fällt nicht auf und das ist gut so. So, Magieschulen aller Fische zeigen. Hier ist jemand Schwarzes. Schwarz könnte doch Knochenfisch sein. Bom, 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 bom. Dann machen wir das mal. Hallo, du sollst angeln. So, probieren wir es nochmal. Ja, das war aber überhaupt nichts, oder? Ja. Geh schon ran. Okay, noch immer nicht. Ja, komm, jetzt mach schon. Ja. Ja, hab ich doch schon. Todesgruder. Todesgruder. Ach, ärgerlich. Gut, die Schwarzen sind Todesgruder. Dann haben wir hier die Roten und die... die Hellen. Gibt es hier sonst noch jemanden? Hier, hat der nicht gerade in irgendwas anderem geleuchtet? Mist. Hab ich nicht aufgepasst, ne? Was könnte das gewesen sein? Ist auch egal. Komm, wir machen mal einfach. Komm, beiß rein. Ist natürlich total spannend. Super. Jetzt hab ich's natürlich aber auch geschnallt, wie das geht mit dem Angeln, ne? Danke noch nur für eure Hinweise. Ich war wieder viel zu voreilig. Wie immer. Ach, oder ist der grün? So, wir sind gespannt. Das ist auch sowas, was ich aufs Grün machen wollte eigentlich, ne? Komm schon. Noch immer nicht. Passt zu. Was haben wir da für einen? Mythos-Kuder. Ah, interessant. Ich hab einen neuen Anglerrang erreicht. Juhu. Juhu. Alala. Dump, 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 dump. Tja. Wo soll denn dann mal hier derjenige sein, den ich brauche, man? Muss man jetzt ewig dann suchen. Wir probieren es jetzt noch mit dem einen. Und dann ist es gut. Gut. Für heute zumindest. Ach, du Mist. Wie. Weggeflitzt. Weggeflitzt. Na gut. Okay, Leute. Dann belassen wir es jetzt dabei. Das war schon die heutige Folge. Es tut mir leid. Die heutige Folge war wirklich, ich glaube, ein bisschen langweilig. Aber, naja. Ich hab's euch erklärt mit dem Wizard101-Club. Hm. Ich hoffe, die nächste Folge wird, wird wieder besser. Weil das geht natürlich gar nicht. Ich kann hier ja nicht ein Let's Play machen und bin nicht mehr im Club. Aber es ist nur eine kleine, kleine lästige Nebenangelegenheit. Das kriegen wir auch wieder hin. Nö? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Sophie. Und, wer bist du? Jack-Tools-Claw. Blut der Riesen. Hat aber eine coole Waffe. Ja, wir sehen uns dann. Macht's gut, Jungs und Mädels. Ciao.